hallo und herzlich willkommen zurück bei der herr der ringer online ich bin's der bleck ich bin immer noch mit unserem begleiter hier mit urhalve oder wie auch immer er heißt unterwegs und jage die etwas stärkeren möpse hier was mit ihm sehr gut funktioniert ohne so einmal so einmal so schön ist dass der mich hochheilt schön ist dass der sich aufheilt da unten unsere zwei dicken werden gerade gehauen das ist nicht so schön aber andere seite dann dafür nicht da hat ja auch was erledigt gegen wen ich wollte gerade schuldig ich wollte einfach helfen aber das war naja was soll's ja einmal gehen dann machen wir den hier noch flatt den gorgorosskrieger blöde trolle los troll dich genauso ok scheiße hier habe ich übersehen und das habe ich auch übersehen hätte ich eigentlich kommen gehen müssen man muss sagen auch mal tränke der hohe priester machen wir auch weg hier und dann hätten wir das auch schon und dann müssen wir ehrlich gesagt mal gucken was sonst noch so angehen ich will natürlich nicht hier abgeben es könnte sein dass der verschwindet wenn ich jetzt abgebe und der sagt mir ja hier und eigentlich brauche ich das und das noch und ja die sind verschwunden das wäre doof deswegen gucke ich hier mal in aller unauffälligkeit wo hier regnet wir sind ein paar tot umgefallen ich gehe mal kurz hier runter aber ich glaube da komme ich ja her ne ja guck mal ob da unten noch irgendjemand ist und ansonsten schauen wir mal also wir haben noch die eine oder andere quest ich kann ja mal gucken ob die anderen sind auch abzugeben mit okay dann war es das oder weil halte halte ohne übelkrieger gar war gar nicht okay doch passt schon hätte ich gedacht dass so wenig quest sind aber naja gut okay das wird schon seine gründe haben da unten bist du na dann alles klar hallo du dann daran was machst du da oben das hat mich jetzt hallo marschall keine genehmigung mit denen wahrscheinlich irgendwo eine andere quest da was weiß ich denn so habe ich gesagt mein typ hier rennt mir hinterher hier hinten scheint nichts zu sein neun wir wollen hoch na gut dann dürfte es auch nicht so viel mehr sein weil hier unten war ja nicht mehr großartig was gut die ein oder andere mützchen ranten schon rum aber wie gesagt im grunde brauche ich nur noch in den großen und das war schön was will man mehr wir könnten übrigens mal gucken hier tat verliehen die anführer der invasion walter hamburg nach stelle daran sind noch ein paar okay allerdings weiß ich jetzt gerade nicht wo die hier rumlaufen nach die nachricht habe ich auch noch auch nach die typen hatte ich mal links liegen in der hoffnung und dass die link liegen bleiben wieder einmal mal ganz vorsichtig und unauffällig hinter hier sind wieder unsere leute ach das ist der zweite eingang glaube ich ja und das hier ist der wo die dicken waren die aber nicht gerade da waren sind sind gut dann laufen wir mal hier außen rum gefällt nämlich gerade so ein es gab ja noch einen hinterausgang nenne ich es mal hier hinten wo möglicherweise noch was sein könnte hier unten gerade nicht ich laufe übrigens absichtlich mit dem hinterher weil ich habe angst dass der mir abhaut wenn ich hier abhau und aufs pferdchen gehe oder irgendwas in der art versuche deswegen nicht wundern der läuft mir absichtlich hinterher so ich habe keine genehmigung das zu benutzen wie gesagt das hier war der andere ausgang ich will mal gucken was es hier unten noch so gibt der rente noch okay ich habe geranon entdeckt ne süß da habe ich ja immerhin was entdeckt das ist hier schon mal was wert wir haben auch jede menge an waren aber eigentlich nur ein dicken naja das ist ja nicht so als würden wir die nicht für eine tat sowieso brauchen ne so ich räume mir schön den weg frei du da du da und hau auf den bogen schützen ei du da du da ja okay hier kommt mir das übrigens alles ein bisschen leichter vor als die anderen das sind ja auch wieder normale toll hier brauche ich dich gar nicht junge na gut hätte ja sein können sonst ist hier unten auch nichts großartiger ich bin trotzdem mutter vielleicht ist ja hier unten irgendwo einer von den führern und ja so haben wir einen hauptmann der hält auch nichts aus hallo ist hier unten jemand nicht so aus mal gut dann nicht meine fresse fallen die schnell um so wir brauchen noch immer noch einen von den dicken deswegen reite ich wieder hoch also reite nicht ihr wisst schon aus sicherheitsgründen aber ich gehe wieder nach oben das kann weg und ich sehe gerade mein essen ist schon wieder alle verdammt wie lange hält das ist ja das ist ja also wollte mir ist echt viel fraß muss man wirklich sagen was die hier weg füttert also andere würden da ewig ja hungrig bleiben aber nein bolzendiel die frisst wie ein scheunendrescher und zwar am stück so muss ja mal gesagt werden okay wir gehen wieder hoch die dunadan die stehen hier noch rum und ich stehe hier hinten rum so noch ein tunadan und jetzt hier um die ecke muss ich glaube ich gut gucken wir mal ob uns einer von den dicken entgegen kommt ohne dass wir nach möglichkeit die in der mitte gesporn kriegen wollen wir müssen ja nicht übertreiben das was wir hinkriegen das reicht dann schon jawohl sieht gut aus sehr schön hallo kleiner tut gut gut hauen sich übrigens auch für eine besicht 10 von 10 so war das jetzt echt so dass da steht hier ungeheuer aus dem norden ist das jetzt eine quest oder ein auftrag oder tat banner oder zuflucht erzte ich glaube das könnte auch eine tat sein in mir ist gerade nicht ganz sicher wo kann man gleich die taten den buch der taten so eriador genau ungeheuer aus dem norden ist eine tat okay die taten machen wir ja nicht direkt fertig insofern ist alles gut reicht für heute geben einfach dann bei dem typi ab würde ich sagen also mal nach oben komm mal herr ein freund ja wir müssen mal reden so banner der eisernen krone bitte schön hier oh guck mal was kriegen wir hier das leuchteten schleicher wir brauchen tatsächlich kupferring was habe ich da eigentlich von z den umhang hatte ich davon stadtratsmitglieds was ist wirklich das ankündigung umrang des stadtraten also hier mantel der brotten ankündigten das war die schulter schützer okay die schulter schützer und der mantel und das gibt also stadtratsmitglied ich glaube da gibt es kein ding ins für ich gucke nur trotzdem mal durch könnte ja sein man weiß ja nie so na gut ist nichts dabei dann gucken wir mal was hätten wir denn wille jede menge wille wille es ist mein letzter wille ich schlucke eine pille wert paratet er kann übrigens raus nur bisschen mehr wille wird ständen haben will ja eine wille verlieren vitalität macht beweglichkeit ist muss macht wieder die wille und schicksal dabei aber macht es eigentlich mehr so also das maximal den hier aber den würde ich dann wahrscheinlich die fall anlegen sowas haben wir noch macht wieder moral wert parale blödsinn tritt wille das wie doch auch nicht schlecht aus wobei halt doch und durch die ekleinen jede menge mehr bilder haben wille wille also ist eigentlich jacke wie hose kommt wir behalten dann den wir haben und fertig ist so wieder macht maximale kraft da kommt ja mal den mal beenden so ungezügelte gut abgeschlossen muss ich jetzt hier noch irgendwo irgendwas irgendwie eigentlich schon wird mir nichts mehr angezeigt interessant nun gut wenn das so ist warte mal hier jetzt wo ich ihn noch mal beschwören da bist du noch da hallo helft dicken mit denkmäler von angmar und stütze des docks denkmäler von angmar und stütze des docks ich stehe keine stütze ich würde ja gerne mit aktivieren aber da lässt mich nicht mord in den ruinen sucht bei den elben na gut dann erstmal so halten okay du bist nicht stütze des docks keine ahnung was das hier von der quest ist die ich ja nicht annehmen kann aber es wird schon seine gründe haben gut machen wir stütze des docks oder kann ich die einfach noch mal so kann mir jetzt mal nur ein neues bohnen okay denkmäler von angmar auf jeden fall flacken der weitläufer okay auf den denkmälern das war das was wir nicht gemacht hatten ich erinnere mich da hinten muss ja ich nochmal hin naja ich würde sagen ich mache ganz kurz ich muss mal ein taschentuch auch ein blick leute ja ja wenn man krank ist ist halt nicht schön so weiter geht also ab zu den denkmälern ich denke mal ich mach mal in die richtung ich denke mal ich schleiche mich mal vorbei wenn ich kann nein kann ich nicht dann denke ich mal mache ich den platt ach mal was essen wollte ich so hier raus das wäre irgendwie blödsinnig wobei da hätte ich auch außen rum gehen können eigentlich aber naja vielleicht das ist ja hier hinten mal gucken ich esse aber jetzt trotzdem erstmal was weil wegen hunger und so so jetzt hat er auf einmal was was ist denn jetzt sammelt bruchsteine verteidigung stärken ist das die die ich noch brauchte vermutlich okay das hätten wir dann ach so essen wollte ich genau so die rollen laufen ja noch ein bisschen so okay hier oben geht es auch noch raus nur das ist ja schon mal was wert dann wissen wir eventuell ob wir lang müssen oder auch nicht wir haben wir sehen sammelt bruchsteine ach so hier im ganz sicheren gebiet naja dann hätte ich mich auch nicht vollfressen müssen okay so ziel ansehen das wäre nummer 1 dann nummero 2 nummero 3 warum auch immer aber ich nehme gern mit nummero 4 nummero 5 nummero 6 ja okay so ein paar steinchen so kann ich direkt abgeben machen wir auch direkt kommen ja bitteschön weiter geht's jetzt brauchen wir nur noch die flaggen und dann müssten wir eigentlich von dem typik alles abgeschlossen haben was macht denn eigentlich immer die ganze zeit hier hingen ist der das kann sein dass der das geräusch macht das ist mir jetzt aufgefallen muss ich zugeben beziehungsweise im hintergrund hat das schon mit büche mit geschnitten aber ja ist mir halt jetzt auch so das sind normale ähm dann werden wir mal ganz normal mit denen umgehen hallo freunde ja und so wieder einer weniger äh ich muss mal ganz kurz auf die westlo gucken und zwar in die obere richtung dann gucken wir mal da hoch mal gucken ob die auch noch normal sind hallo äh ich muss hier mal durch lasst ihr mich da kurz ähm es wäre wichtig jo sieht gut aus so und hepp dankeschön äh hallo leute ich wollte nur nach dem weg fragen ob ich hier richtig bin könnt ihr mir da vielleicht mal helfen ich brauche hier irgendwie ähm ja ein paar schlacken will ich hier aufhängen halt ne weiß schon von euren feinden aber das ist ja nicht so schlimm nicht wahr komm dann seid ihr noch voll dafür so ich nehme die jetzt übrigens mit einfach weil äh wie gesagt es geht ja sowieso ein bisschen schneller ich könnte auch versuchen mich hier und da vorbeizusteigen aber wie gesagt es geht sowieso ein bisschen schneller äh wenn ich den äh typisch mit dabei habe und wenn ich den typisch mit dabei habe warum sollte ich mir dann äh nicht ein bisschen schneller machen so plump und wie gesagt für die tat brauchen wir die dinger ja eh noch auch wenn ich nicht gesagt habe hier ja und so weißt du was ich meine so hier oben das müsste wieder ein bossi sein drum gucken wir mal ja wuldusch hier ähm ist einer von den äh die wir noch verhauen müssen naja schrei du nur das nützt dir jetzt auch nicht mehr so ja ja und weg ist das ging doch leicht so den ja auch so nächste flacke gesetzt jetzt müssen wir mal auf die karte gucken da hinten also hier hinten um die ecke okay äh weiß ich bescheid laufen wir dahin in aller ruhe und in aller glückseligkeit und so lalalala was sagt denn die zeit von 30 ja ich bin auch sehr gut dabei ähm vielleicht könnte ich sogar noch eine machen wer weiß wer weiß also erst einmal hier ja so okay was wissen wir jetzt schon wieder äh rache für die geschändeten entfernt leichen aus den käfigen ja machen wir so nebenbei mit wenn wir schon mal da sind ne ähm gibt es da oben käfige bevor ich jetzt wieder wegrennen ja da gibt es käfige okay fangen wir schon mal an ne ja was ist das hier versteckte lager okay äh das lager ist leer okay es tut mir in der seele schwer das lager das war leer was will man mehr aha einmal vorrat ähm ich gucke nochmal hoch denn vielleicht ist ja hier oben auch jemand vorrätig nö nun gut dann gehen wir weiter lalalala oh hätte ich euch fast übersehen es tut mir leid so drei und vier so geht doch gut voran schön dass da die Queste auch so äh wer hier immer mit in der Nähe hat ähm die anderen müssen wir wohl irgendwo auf dem Weg sammeln das kriegen wir schon hin äh ich musste erstmal äh nur mal gucken verdammt das ist oben verflixt also rennen wir wieder hoch Manometer wenn man halt nicht genau hinguckt ne Leute wenn man nicht genau hinguckt dann passiert sowas und am Ende müssen wir die nochmal umhauen oh ach da oben alles klar so ein ja erstmal der hier äh und äh wie ich zu dem anderen kommen weiß ich jetzt auch noch nicht lassen wir sehen na so so gucken wir mal äh hier komme ich so nicht hin ne gut äh in der Zwischenzeit haut unser kleiner äh Kollege äh den da hinten und ich haue auch cool ich so mittlerweile sind auch äh sehe ich gerade hier die Rollen ausgelaufen wo wir mal nach zerlegt oh die Spinne die spinnt wohl ja ok hallo ähm Entschuldigung dass du da bist aber ich hab mich verlaufen ja ich nehme an dass wir hier hinten ah ne hier ist ein ok da kommen wir auch hin gut dann müssen wir wohl oder übel äh Onkel Bossi nochmal äh platt machen aber ja was solls so könnte schlimmer sein ja 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 keine ahnung mit was wir hier spucken aber mich schürzen so ok dann hätten wir die Leichen die Leichen müssen weichen und äh ja jetzt muss ich wieder runter äh ganz munter ja wumm und wumm und wumm und ich auch da hinten haut mich keiner auf ich wollte nur gucken nur sicher gehen ne so komm hauen wir die noch um hier einfach weil sie da sind warum weil sie da sind ist doch immer das beste zu mir so ok und ich würde sagen weil äh die Folge auch schon da ist werden wir hier und äh jetzt mal die Folge beenden sehen wir uns in der nächsten Folge wieder danke fürs einschalten lasst einen Daumen nach da oben da wenn es euch gefallen hat bis denne tschüss tschüss tschüss